Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die Indizes ziehen wieder an, während der Euro gegenüber dem Dollar gestern einen erneuten Rückschlag erlitten hat. Schauen wir mal auf die Charts. Ein Risiko und Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Legen wir direkt los. Wir sind beim S&P 500 im 4-Stunden-Chart. Gestern gab der Index weiter nach, konnte sich dann aber von den Verlusten erholen, den lokalen Widerstand durchbrechen und die Sitzung letztendlich im Plus beenden. Das Jahreshoch ist jetzt wieder zum Greifen nahe und das 78,6% Retracement wurde gestern überwunden. Seit Anfang des Monats versuchen die Bullen ja diese Hürde nachhaltig zu knacken. Mal schauen, ob es diesmal gelingt. Im Weg steht dann auch noch das Hoch vom vergangenen Donnerstag. Da gab es ja am Dienstag einen Fehlausbruch auf der Oberseite und im Wochenchart könnte ein Bruch über das Jahreshoch mehr Aufwärtspotenzial freisetzen in Richtung August hoch. Das ist der wichtigste Widerstand, nachdem es hier einen starken Ausverkauf gegeben hat. Kurzfristige Unterstützung gäbe es bei 4.113 Punkten. Der deutsche Leitindex steigt seit drei Handelstagen in Folge. Vorbürstlich gibt es auch ein leichtes Plus und damit nähert sich der Index dem in der Vorwoche erreichten Jahreshoch. Das wurde bei knapp 15.700 Punkten erreicht. Der Abstand zum Rekordhoch wurde mittlerweile wieder auf etwas mehr als 4% verringert. Und kurzfristige Unterstützung gibt es vor allem bei 15.386 Punkten. Euro-Dollar hat sich gestern dem Wochentief angenähert. Kurz davor konnte das Paar drehen und auch eine Erholung einleiten. Also eine Gegenbewegung nach dem kurzfristigen Abwärtsimpuls. Das Wochentief könnte also durchaus nochmals getestet werden. Beziehungsweise wäre da nochmal eine neue Annäherung möglich, während ein Anstieg über das lokale Hoch bei 1.0733 für zumindest etwas Entspannung sorgen könnte. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch der Content gefallen hat. Ansonsten wünsche ich allen viel Erfolg für die heutige Sitzung und bis zum nächsten Mal.